Und so zieht ihr weiter. Dann fängt es an zu regnen. Durch das Blätterdach hindurch, ihr könnt den warmen Regen wieder auf euch spüren, wie ihr euch ein bisschen Erleichterung schenkt nach diesem unglaublich heißen, anstrengenden Tag. Die Mücken, die für sie eine kurze Zeit nur aufhören, bis sie dann später mit aller Gewalt wiederkommen, aber dann sitzt sie vielleicht schon auf einem nächsten Baum. Diesen muss jetzt allerdings Brediji ansuchen, denn Emira Bissabu ist nicht mehr da. Der Regen hört nach ungefähr einer Stunde auf und genauso wie er begonnen hat, verschwindet er wieder. Nur noch das leichte Tropfen von den Blättern, was von den Mammutbäumen nach unten fällt. So, und wie geht es jetzt weiter? Ja, wir rasten hier. Ich werde einmal losgehen und nach S-Bahn-Pflanzen Ausschau halten und Jala-Gene und Hilo-Gene erklären, welche Tiere man hier finden könnte. Moment, wie kommen wir denn auf den Baum raus? Sonst ist hier einmal die Emira-Misabu vorgeklettert. Ich habe vielleicht den Namen jetzt richtig gesagt. Man schaut in Richtung Brediji an. Suchen wir erst Pflanzen oder irgendwas Essbares, so wie Tiere, oder ziehen wir uns erst mal auf den Baum zurück? Wie machen wir das? Nun, wie ihr wollt, also wer sich schon ausruhen will, sollte schon mal hochklettern. Ich denke, einige von uns können sich auf die Pirsch machen, während der Rest bereits sich daran macht, den Baum zu besteigen. Ja, dann, äh, kletter mal vor. Na gut, dann nehme ich mir das Seil und, ähm, überlege gerade, ob ich mich da noch ein bisschen unterstütze mit. Ihr könnt doch nicht beides machen, entweder ihr geht jetzt suchen oder ihr klettert nach oben. Ah, ich wollte euch nur das Seil umbefestigen, dass ihr alle hochkommt. Aber dann ist ja gut. Kneift damit die Augen zusammen, guckt die Böse an. Ähm. Ja, ich versuch's einfach mal so, ähm, ich versuch's ohne Hilfe, ähm, würde ich jetzt einfach mal vorklettern, den Baum hoch. Wäre das erschwert, das versuche ich mal einzuschätzen, wie kompliziert ist es denn. Wir suchen uns erstmal den richtigen Baum, Wildnisleben, Probe, Schwert um sieben. Das ist das Erste, was wir machen. Schwert um sieben, ist da mein Maraskhan kundig schon einmalig, ne? Ja, ist es. Kann man ihn, ihm da assistieren? Hm, die Bäume sehen ja auch irgendwie alle gleich aus, oder? Kannst gerne auch ne, äh, Wildnislebenprobe schmeißen, wenn du versuchen willst zu unterstützen. Wird auch sein, dass du falsche Tipps gibst. Bist du Maraskhan kundig? Darfst gerne mal würfeln, Wildnisleben. Oh, Wundi schon, ich würde euch ja helfen, aber die Bäume sehen für mich alle gleich aus. Und überachtet auch darauf, dass unser Vibur nicht verloren geht, an das andere passt schon, denkt ihr nicht. Da würde ich gerne meinen Schicksalspunkt für die 20. Ja. Ja, der Baum sieht genau richtig aus. Du guckst nochmal zur Seite, links, rechts, da stehen noch ein paar andere Bäume, aber das ist dein Baum. Der Mammutbaum muss es sein. So ein paar Lianen, die sich nach oben wimpen, auch noch Schwätze nach oben pumpen. Völlig egal, ist dunkel. Und da kann man auch noch die paar Lianen nach oben treten, sodass man da dann nicht den ganzen Weg alleine klettert. Es ist ein bisschen rutschig und ein bisschen hart, was nach unten läuft, aber da kommt man hoch auf alle Fälle. Ja, hervorragend, dann werde ich mal versuchen, da hochzuklettern. Gut, Kletternprobe. Erschwert um drei. Ich rufe schon mal ab, komm herbeu. Oh je, oh je. Das wird nix. Ja, du trittst so ein paar Lianen nach oben. Das ist eigentlich ganz gut, so kommt man hoch. Das Harz hilft dir auch. Das ist eigentlich genau so, wie im Miramisabu da immer hochkommt. Einfach das Harz hier und klebt ein bisschen an deinen Händen weiter, aber ja, hier und da und dann den nächsten Fuß. Es ist total einfach, wie du da nach oben kletterst. Und dann stehst du oben auf diesem Mammutbaum drauf. Das Seil hast du dir um den Körper gewickelt und hast da genau den richtigen Platz gefunden. Jetzt nur noch festknoten das Seil und dann runterschmeißen. Ja, dann würde ich das noch machen. Gut. Das ist mir dann eine geeignete Stelle. Mach das mehr, ja, das Seil ist ja lang genug. Also ich werde das dann mehrmals da rumwinden und irgendwie verknoten dann. Ja. Fesseln in Fesselnprobe. Du hast genug Seil, es erleichtert um drei. Ein Standardtalent, oder? Naturtalent. Nicht Default. Kannst du uns auch von Wilden des Lebens ableiten, das würde ich erlauben. Oder von Seefahrt, das geht auch. Wenn man uns das sagt, wie schwer es ist? Machen wir aber mal eine 10er Schwernis. Es sei denn, Rodrigo sagt jetzt was anderes, wenn er nachguckt, aber ansonsten, also Seefahrt geht wie gesagt auch. Sefahrt plus 10, Seiler plus 10. Ja, Wilden des Lebens lasse ich auch zu, gar kein Problem. 10 plus 3. Also insgesamt 13, wenn du es ableiten willst. Das geht schon. Hä? 10 plus 3, das war auch 3er Erleichterung, soll ich das sagen. Achso, ja, Entschuldigung. Genau, also 7, Entschuldigung. Ist ja gar nicht so schlimm. Ach, Glückert. Ah, okay. Ja, dann wickelst du das ordentlich rum. Das, ja, schwere Harz, was sie sich gebildet hat, hilft dir auch. Ebenso wie du eben nach oben geklettert bist, unterstützt es dich jetzt auch beim Festmachen. Ja, ganz hervorragend. Ähm, dann rufe ich runter. Das Seil ist fest. Wer will, kann hochkommen. Und selbst würde ich dann direkt wieder am Seil runterrutschen, weil ich wollte ja noch Pflanzen suchen gehen. Genau. Ja, kommst du wieder unten an. Das Seil ist ordentlich verknotet. Niemand stürzt. Niemand rutscht ab. Und dann können diejenigen nach oben klettern, die nach oben klettern wollen. Alle anderen dürfen natürlich auch beim Jagen oder beim Suchen helfen. Ich würde ganz gerne von Dijian helfen beim Pflanzen suchen, deswegen will ich jetzt noch nicht nach oben später. Ja, Dijian schaut sich so an, wie die ersten zwei, drei nach oben klettern, an ihm vorbei. Und du stellst fest, dass deine Hände kribbeln. So ganz leicht und es wird ein bisschen wärmer an deinen Händen, tut ein bisschen weh. Und du versuchst vielleicht dir das nicht anmerken zu lassen, aber dann irgendwann tut es so doll weh, dass du erst mal anfängst zu reiben. An, ja, vielleicht an ein paar Pflanzen, die hier wachsen, um es abzustreifen. Das macht diese schwarze Harz an deinen Fingern. Tut ein bisschen weh und kribbelt weiter. Ja, ich schau mir mal die Hände an. So auch, ja, an Pflanzen, aber auch an meine Robe abzuwischen, also was da besser hilft. Hm. Ist, ja, wie gesagt, schweres Harz. Fast so ein bisschen ölig und klebt weiter. Jetzt nicht nur an deinen Händen, sondern auch an deiner Kleidung. Du kommst ein bisschen Panik, weil es dann wirklich anfängt weh zu tun. Und dann, nach einiger Zeit, hast du es aber auch geschafft. Und, ja, dann ist es komplett runter. Siehst aber auf deine geröteten Hände. Teilweise ist auch das, deiner Haut, nicht nur rot, sondern, ist das Säure? Deine Hände brennen. Unglaublich. Und du kommst von mir einen neuen SP. Magister, warum sollte ich eure Klamotten denn da sein? Soll da noch Farben vorbleiben? Also dieser, ich weiß nicht, dieser Baum, ich glaube, das ist irgendein, ich glaube, der ist durch irgendeine ungeschaffenen, ja, in die Landschaft gezogen worden. Dieses Harz, das ist nicht so, wie es sein sollte. Oh Mann, aber dann können wir auf dem nicht übernachten. Ich befürchte auch nicht. Keine gute Idee. Wir sind oben, der Nächste. Kommt runter. Nein, wir sind schon oben. Nein, ihr müsst runterkommen, wir laufen weiter. Verzeiht, Bruderschwestern, wir müssen einen anderen Baum suchen. Aber, wirklich viel haben wir doch nicht, wir können doch zum nächsten Baum rüberspringen. Komm einfach hoch. Der nächste Baum, schaut mal, wie weit der nächste Baum entfernt ist. Ja, so viele, viele Bäume, die hier stehen, aber Mammutbäume sind natürlich auch mit sehr viel größeren Ästen versehen. Da könnte man, mit ein bisschen Geschick, könnte man von dem einen erst auf den anderen rüberlaufen und dann den nächsten Baum auch über die Krone dann erreicht. Das geht wohl. Wenn man da nicht falsch tritt, geht das. Wir schauen mal nach einem anderen Baum. Wenn hier einer daneben steht, könnt ihr da oben rüberkommen. Aber, Nidjan, worauf muss man denn bei den Bäumen hier achten? Also, nicht dieses schwarze Harz oder was es da ist? Oder doch? Nun, eigentlich dachte ich das ja ungefährlich. Vor zwei Tagen wäre es einfach nur klebrig gewesen. Aber das hier scheint, rennt, scheint irgendwas Ungeschaffenes zu sein. Na, hier oben nicht. Hier oben ist nur ganz wenig Harz. Seien wir nicht reintreten. Komm doch hoch jetzt. Ist nur am Stamm. Und Rüger schaut nach oben. Wer ruft denn da jetzt runter? Wer ist das denn? Der Söldner. Dünar. Dünar. Runter. Befehl ist Befehl. Äh. Jawohl. Rodrigo schüttelt den Kopf. Denkt sich so, Mann, Mann, Mann. Wir sind da hin. Bitte, bitte, Show. Ja, Potro steht da auch nur am Stamm. Leht sich gerade mit seiner Hand an. Dieses klebrige Harz. Schütteln um den Kopf. Mann, Dünar. Du bist ein ganz schöner Idiot. Wenn der Leutnant was befiehlt, dann hast du da auch drauf zu hören. Ja, Potro, mein Guter, wischt euch dieses Zeug ab. Ansonsten hat er genauso verbrannte Hände wie Brandice an. Verbrannt was? Grimmelt ein bisschen, aber geht doch wohl schon. Er wischst sich das so ein bisschen an seiner Robe ab. Und du siehst, wie er wohl genau über seine Wunde rüberstreift. Zumindest da, wo er vor einigen Tagen noch dann diesen Harpunal wieder drinstehen hatte. Das, was auch neulich geblutet hatte. Da ist jetzt zwar eine Rüstung drüber, aber er wischst sich halt gerade so dieses schwarze Harz wieder ab. Ich würde so ne Klugertsprobe, dass ich das mit der Wunde so in Verbindung bringe. Ich hab nämlich selber auch irgendwie keine Lust. Potro, ist da nicht irgendwie, da wo ihr das abgewischt habt, in der Nähe eure Wunde gewesen? Dass das blöde Zeug nicht in eure Wunde kommt? Nein, nein, die ist verbunden. Alles gut. Aua, meine Hand tut weh. Ah, das ist nicht unangenehm. Haben wir irgendwas zum Waschen? Irgendeinen kleinen Teich oder einen Bach oder sowas? Drauf spucken und an der Robe abwischen. Euer Gnaden-Fa-Dios, eure Spucke funktioniert auch gegen Krankheiten. Würdet ihr mal? Ach, natürlich, natürlich. So, einmal in jeder Handfläche? Oder willst du die zusammenreiben? Ich mach das. Okay. Ja, du siehst so hoch und dann spuckst du ihn in die Handfläche. Er bedankt sich nett bei dir und wischt sich dann so die Hände aneinander ab, wie man sich eben die Hände so wäscht. Und ja, du siehst auch, wie die Spucke dann sich schwarz gefärbt nach unten läuft und seine Handfläche nickt wieder dazu. Vielen Dank. Dann nach einiger Zeit, so ungefähr zwei Minuten später, stehen dann auch alle, die eben schon nach oben geklettert sind, mit dem Seil in der Hand, das haben sie dann wohl gelöst mit so einem Knoten, einmal ziehen und dann fällt das runter, wieder vor euch. Zur Dynash hat man einmal, Brindigian hat sich entschlossen, dass wir nicht diesen Baum nehmen und das ist aus gutem Grund entscheidend, dass das blöde Zeug hier irgendwelche Harzsäure oder so einen Scheiß ab. Ah, ungut. Ja, vielleicht frisst du jetzt Zeug noch durch unsere Kleidung oder wenn wir nackt durch den Dschungel hier laufen müssen, weiß ich nicht. Also wenn wir die Lianen an den Eiern reißen, das hätte ich nicht gerne. Meine Rüstung stinkt auch so, also das Leder hier, ich würde auch nackt durch den Dschungel laufen, Mann. Also nicht nur, dass jetzt dieses Insektenzeug stinkt, sondern auch die Rüstung, ist alles nass. Ah, egal. Etwa eine Stunde später steht Brindigian vor einem ordentlichen Baum, hat auch das Seil wieder oben verknotet. Diesmal läuft kein schwarzes Harz nach unten, sodass du ja da einen normalen Baum gefunden hast. Mit einem unguten Gefühl denkst du daran, was passiert, wenn ihr weiter in Richtung dieses verderbten Gebietes kommt. Aber da hoffst du, dass auch dann Emira Misabo wieder bei euch ist mit dem Eukulizana. Aber ja, wie gesagt, eine Stunde später, der richtige Baum ist ausgesucht. Und alle, die nach oben wollen, sind schon oben. Und du kannst dann mit einem, ja, merkwürdigen Gefühl im Bauch deinen Jagdtrupp versammeln und euch überlegen, was ihr jetzt jagen wollt. Ja, Brindigian, dann sagt mal, was kann man denn hier essen? Also gut, Bruderschwestern, wer möchte jetzt jagen und wer möchte mit Pflanzen suchen? Ich will mit dir Pflanzen suchen. Und Geron hier ist ja ein ziemlich herausragender Schütze, wie ich gehört habe. Und meine Knappen und ich kommen natürlich auch mit. Der gute Geron, und der Ferdas legt ihm die Hand auf die Schulter, hat mir auch in den letzten Wochen ein paar Knoten gezeigt, wie man gute, ja, Netze für die Jagd auf Land knüpfen kann. Aber ich bin bei der Jagd auf Tiere dabei. Habt ihr denn ein Netz? Ja, natürlich. Nun dann. Aber ich bevorzuge es ja für gewöhnlich, nicht so nah heranzukommen. Man legt auch die Pfeilen aus und wenn das Tier dann gefangen ist, kann man es totstechen. Meine Herren, wir könnten auch auf etwas ganz Simpleres zurückgreifen. Sehr proteinhaltig, ähnlich, Entschuldigung, das sagt er nicht, sehr reich an guten Dingen. Und dann tritt er einmal gegen so einen morschen Baumstumpf, der bricht dann auseinander. Ihr könnt sehen, wie er total ausgehöhlt ist. Ein paar, das sind das Ameisen, die euch hingegen starren? Ein paar Käfer? Ja, krabbeln da dann aus diesem ausgehöhlten Baumstamm heraus. Ah, Ameisen. Ameisen schmecken gut. Das ist der einfache Weg. Dann müssen wir nicht den, naja, etwa eine Stunde mit weiterer Jagd, Ansatzjagd verbringen. Gute Idee, Bruderschwester. Wenn wir Glück haben, finden wir auch ein paar Maden des Eidekäfers. Schau mich selbst mal um, ob ich irgendwie so eine morsche Rinde finde. Sind die Ameisen hier essbar? Ja, ich schaue sie mir mal an, aber ich denke mal, dass das maale Ameisen sind. Das sind normale Termine. Also sehr ungut für das, naja, Bauen von Häusern, wenn sie irgendwie darunter sitzen. Aber, naja, wenn man die vielleicht vorher irgendwie mit einer Gabel zerdrückt oder sowas, oder mit einem Löffel, damit sie einem dann nicht im Mund zerzwicken. Also giftig sind sie nicht. Naja, essbar sind sie, Bruderschwestern. Sie brennen etwas auf der Zunge, aber man wird satt davon, wenn man nur genug findet. Ja, und Rego hockt sich mal ab, nimmt einen in die Hand, zurück den Sanft zwischen Daumen und Zeigefinger und steckt sich dann den Brei sozusagen in den Mund. Und macht er dann mit ein nach dem anderen. Schmeckt süß. Ja. Die reichen doch niemals bei uns alle, also dann müssen wir schon was jagen. Ja, ich versuche mein Glück lieber im Dschungel. Gut, es ist auch nicht verkehrt, wenn wir noch ein paar Pflanzen und vielleicht etwas Abwechslungsreicheres finden. Also ich finde das Zeug hier voll super. Dann Metatalente, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie die gebildet werden, das könnt ihr euch gerne angucken. Entweder für Pflanzensuche oder für Ansitzjagd, weil, naja, wirklich mit Pfeil und Bogen, das wird wohl nicht funktionieren, aber wenn ihr dann da euch irgendwie hinhockt und wartet, dass da ein Tier vorbeikommt, würde das funktionieren. Ja, das Problem, was du feststellst, ist, immer wenn Myria versucht, die Bogen zu spannen, dass sie reißen. Dreck. Hat Giron das Problem auch? Ja. Doppelt Dreck. Also er wusste auch schon um das Problem und hat dementsprechend sich auch nur mit einem Speer dann hier in Maraskan gekleidet, wenn man das so mal sagen möchte. Weil er ja auch mal Raskanpundig ist, hat er dementsprechend seinen Bogen dann auch gleich weggelassen. Ja, ihr dürft dann gerne eure Probenwürfel zum Kräuter suchen. Kräuter an sich ist nicht das Problem, die sind überall. Und Tiere sind ja auch überall. Man muss nur halt vorsichtig sein, dass man dabei keine giftigen Pflanzen erwischt oder keine giftigen Tiere erwischt. Ja, wie ist das mit Pflanzen sammeln und sich ein paar Termiten futtern? Wird das genauso gehandhabt oder wie interessant haben oder bei Tierkunde? Wenn du jetzt Termiten essen möchtest, ist das nur eine Selbstbeherrschungsprobe. Das ist nicht das Problem. Aber ich würde sie dir als Seelimit auch erleichtern. Da kannst du dann einfach zuschnappen, also einfach reintreten, ein paar Zackfetschen oder... Ohne Erleichtung geschafft. Ja, okay. Dann kannst du Termiten essen. Der ein oder andere wird erstmal warten, bis die Leute von der Jagd zurückkommen bzw. vom Pflanzen suchen. Und wenn sich andere Leute entschließen, irgendwelche anderen Tiere zu suchen, dann können sie Probe schmeißen. Ja, dann du weißt, wie die Regeln waren. Was ist das Wege der Entdecker oder Wege der Schwerts? Wege der Entdecker für Ansatzjagd 108. Ach, da habe ich null. Und technisch gesehen muss man die auch mit einer Fernkampfwaffe machen. Ja, kannst du würfeln? Einfach mal 3w20 reinschmeißen. Vielleicht hast du ja Glück. Doppel 20 geht immer, Doppel 1 geht immer. Ich habe Glück. Ja, okay. Aufs Auge, die ersten zwei. Tierfallen aufstellen, wow. Zwölfsternchen. Ja, Rodrigo zermatscht sich da dann so eine kleine Schüssel. Hast du eine Schüssel mit oder so aus Holz? Ja, die habe ich jetzt reingepackt. Ja, zumindest kannst du dir dann einen großen Teller voll der Wien mit da oben nehmen. Ein paar Käfer, die ungiftig sind, lass dich da vorher von DJern beraten. Und hast dann eine sehr süße, reichhaltige Speise. Ab und zu stört dich so ein bisschen das Chettin von den Käfern, von den Schalen oder sowas. Gut, man sich inzwischen zählen wieder heraus und schnippt es weg. Ja, perfekt. Ja, er wird sein Netz auslegen und zwar mit, ja, wird wahrscheinlich eine Liane irgendwo von einem Baum runterzerren, in eine gespannte Position bringen und mit seinem Netz eine Schlinge auslegen, sodass, wenn diese leicht befestigte Liane losgelöst wird, zurückschleudert und das Netz samt Inhalt, wenn das Beutet hier nicht zu groß ist, nach oben gerissen wird. Ja, du wartest ein bisschen, es dauert ungefähr eine Stunde, es ist echt dunkel geworden. Und dann kannst du Geräusche in der Luft hören. Du hast deine Falle aufgestellt, hast das Netz ordentlich hingehängt und dann siehst du, wie ein großer Schwarm Fledermäuse direkt in dein Netz hinein stiebt, hineinfliegt, sich verheddert. Du ziehst das Netz einmal ordentlich zu und Jalan kann dann neben dir sitzend eine ganze Menge an Fledermäusen totsperren, sodass du dann einen großen Sack mit Fledermausfleisch mir nach Hause bringen kannst. Ja, Lander, hätte ich mir eigentlich eher was anderes gewünscht, aber... Ich muss gestehen, ich hatte auch eher ein Reh oder so erhofft, aber... Na, wenigstens wird es für einige Leute reichen und ich glaube, die kann man gut über einen kleinen Feuer garen. Ja, es ist immerhin besser als Käfer. Boah, scheiße. Möge Elfert mir verzeihen. Scheiße! Oh, wir müssen auch auf den Baum, ey, sonst kommen hier gleich diese Nachtfecher wieder... Oh, ich krieg... Ja, sehen wir zu, dass wir hier fortkommen. Ja, oh Mann. Ja, Elfer Darius, wie ist denn das mit deinem Nachteil? Speisegebote? Ja, fühlt sich nicht gut an. Schuldgefühle, die dich plagen. Kein Fisch? Oder wie ist es? Kein Fisch, keine Meeresziere oder offenes Feuer gebraten? Was ist das? Überfeuer ist, wenn es keine Meeresfrüchte sind und überfeuer ganz schlecht. Ja, du lässt dir natürlich von Predigian sagen, dass man Fledermäuse nicht roh essen weil die tragen natürlich auch so ein paar Kleinsttiere in ihrem Fell und können sehr, sehr fiese Krankheiten verbreiten. Die müssen gekocht werden. Ihr könnt euch oben dann so ein kleines Feuer anmachen auf dem Baum, während ihr dann seht, wie... Ja, nachdem ihr alle nach oben geklettert seid, da wieder ein paar Tiere unter eurem Baum entlangziehen und das Nachtleben wieder begonnen hat, die Affen fangen wieder an zu schreien. Ihr habt euch genug Moos gesammelt, sodass ihr dann hier oben euer Feuer macht und... Schuldgefühle. Ja, das ist genau der Grund, weshalb Fische besser sind. Man soll natürlich Ingrem auch ehren als Zerzerferdi, aber Feuer... Ach, das nagt an dir. Ach, ist das scheiße. Aber was bleibt dir denn ein anderes übrig? Oh, ist das... Wer ist das ein Käfer? Im Rodrigo reicht ihm so ein zermatschenden Käfer rüber. Komm einfach da, das ist ein Käfer. Hm, die hast du jetzt nicht über dem Feuer angedönst, oder? Naja, die werden so purgegessen, die sind voll gut. Oder er lächelt so ein bisschen zu. Na gut, die sind nicht voll gut, aber man kann sie essen. Ja, und reiß ich jetzt diese kleinen Beine aus, oder was? Naja, die musst du mitessen, die knuspern. Die Beine sind das Beste. Du musst hinten den Schaden... Bei meinem Panzer kannst du nicht alles mitessen, aber das kriegst du schon raus. Die knuspern. Oh Mann, ich hätte jetzt gerne so einen... Ach, in der Sonne gebratenen Seestern. Schaust rüber, schaust rüber zu Dinar und Potro. Die beißen gerade sehr herzhaft in das Fleisch dieser Fledermaus. Knacken gerade den Kopf und knuspern da sogar ein bisschen rum. Siehst, wie da so ein Flügel halb raushängt. Die beiden sind da ziemlich unbeschwert. Fressen das dann gerade so. Also man muss wirklich fressen, sagt. Der schöne Saft, der nach unten läuft. Und das... Oh, dieser Geruch von der Fledermaus. Hm. Oh Mann, jetzt einen frischen Fisch. Oh. Ich bin mir vor, ich bin zu weinen und esst endlich ein Stück Fledermaus. Das tut euch gut. Hm. Haben wir nicht noch solche Jagen-Nüsse? Ja. Hättet ihr vorher dran denken müssen. Entborat, Freundchen. Habt ihr nicht getan. Jetzt bestraft euch... Ja. Habt ihr nicht getan. Jetzt bestraft euch das Leben. Wie bohr ein Mann, ey, jetzt. Wie bohr ein Mann, sei doch einfach dankbar für die Fledermäuse unterhältst. Ja, genau. Mann. Echt? Wenn ich... Deine... Ne, wegen dir... Wegen dir... Hörteraus nimmt die Fledermaus, die er angeknallt hat und wirft sie Wieborn möglichst ins Gesicht. Da frisst das... Ich krieg das nicht runter. Naja, du siehst, wie die Hand von Wieborn viel zu spät nach oben ruckt. Du siehst auch, wie er sich leicht erschrickt. Er bekommt die Fledermaus an den Kopf. Du siehst, wie kurz Wut in ihm hochflammt. Die Fledermaus fällt nach unten und er schaut dich wütend an. Er zieht die Pistole und schießt auf deinen Kopf. Trifft aber nicht. Die Pistolenkugel geht an dir vorbei, heilt einmal durch den Dschungel, kurz sind alle Affen still und dann schreien sie umso lauter. Ja, dann springt auf. Hat Wieborn gerade nicht getroffen? Ach, der hat da absichtlich vorbeigeschossen, denkt Rodrigo und schaut das Ganze nur einfach an, schüttelt den Kopf und denkt so, na, na, na. Hat das Schwert so zwei Zentimeter aus dem Gehänge schon? Schreit doch Wieborn zu. Wieborn! Was habe ich euch über das Schießen gesagt? Hm? Schaut euch an. Hat mich angegriffen. Komm, bei ihm an. Reiß ihm die Pistole aus der Hand, ob er will oder nicht. Öffel mal eine Raufenprobe. Hm, kommt. Natürlich. Ja, äh, du reißt sie ihm aus der Hand und sie fällt runter. Es dauert ein bisschen. Drei, zwei, eins. Dann plockt sie auf den Boden auf. Ganz knack. Nee, bleibt da erstmal liegen. Tut so etwas. Nie wieder. Wenn ihr euch meinetwegen mit ihm auseinandersetzen wollt, dann schlagt euch unten. Ja, dann zur Seite. Also, Wieborn, ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, aber heute wolltest du auch hier unseren Führer schon schlagen. Ich glaube, es hackt. Wir sind hier im Dschungel und wir sind auf seine Führung angewiesen. Tut mir leid, dass ich zu weit kommen musste. Ey, das ist auch widerlich, wie du schwitzt. Mann. Ich werde jetzt, wir sind hier nicht an Bord eines Schiffs, aber ich werde hier Gebrauch von meinem Rechter als Afferdi machen und dich deines Amtes hier entheben. Bist ja nicht mehr klar bei Sinn. Ich möchte ihn an seinen Klamotten packen oder etwas durchschütteln. Hast du das verstanden? Bitte versuchst ihn. Er sitzt da im Schneidersitz immer noch relativ, was heißt entspannt, aber er sitzt im Schneidersitz, guckt dich an, hat auch die Augen zusammengekniffen, schüttelst ihn und du siehst, wie eine Hand dann nach oben geht. Es ist seine rechte Hand, die an deinen Arm greift, während du ihn schüttelst. Er greift ziemlich kraftlos zu und kann sich nicht lösen. Die andere Hand bleibt genauso, wie sie ist und wird mitgeschöpft, als ob er sie nicht kontrollieren kann. Was ist mit dir los? Sag schon, Wieborn. Sorry. Hast du dir die Sprache verschlagen, oder was? Halt dein Maul. Lass mich los. Dann lass ich ihn los und schubs ihn so ein bisschen nach hinten, dass er auf den Rücken purzelt. Hilfe, da heißt, pass auf, wenn hier einer runter will von dem Baum, ist das tödlich. Ja. Dann mach das doch besser, verdammt. Das werde ich auch, Wieborn, das werde ich auch. Warte, schüttel den Kopf und geh zum Seil. Ich hör mal kurz, dass er runtergefallen ist. Und kletter das Seil hinunter. Und wieder hinauf. Also er würde da unten gehen, nur noch mal gucken, wo die Pistole liegt. Ja, war für mal Spaß, das war bei der Kletternprobe. Einmal runter, einmal hoch. Einmal runter. Pistole finden. Einmal wieder hoch. Ja, die Palästrina ist zerbrochen. Das ist bei der Höhe auch überhaupt kein Wunder. Das könnte natürlich auch andere Dinge sein, aber so etwas Feinmechanisches wie eine Palästrina, der hat überhaupt keine Chance. Du kannst die Einzelteile auch finden. Die Einzelteile, die 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 Truppe findet, steckt da ein und klettert wieder nach oben. Wenn du oben ankommst, der wartet ja dann dich schon. Wie ich sagte, Leutnant Ramirez, euer Offizier, scheint nicht mehr fähig zum Kommandieren zu sein. Ich erwarte, dass ihr die Truppe übernehmt. Ja. Und Rico stellt sich dann erstmal dahin, geht einmal zu Wiborn. Wiborn hier, das sind die Überreste der Pistole und legt sie ihm sozusagen in den Schoß. Wir sind zerbrochen, als sie unten aufgeschlagen ist. Und ja, dreht sich dann zu einem anderen Wiborn. Euch scheint es wirklich nicht gut genug zu geben. Ich würde ganz gerne das Kommand übernehmen, bis ihr euch wieder besser fühlt. Ja, einigt euch mit Geron und Sari. Die sind nämlich genauso hoch wie ihr und dann, ja. Rodrigo, du machst das. Er hat dann mal kurze Probleme mit seinem Bauch, macht dann mal so einen Aufstoßer und nickt dann immer noch. Rodrigo verzichtet einfach kurz das Gesicht, also wenn ihr ins Gesicht aufstößt, richtet sich dann auf. Und nickt einmal ganz kurz, er für Daios zu, geht dann aber zu Sari und Geron. Und wenn die beiden nicht zusammenstehen, dann geht er zuerst zu Sari hin und sagt, kommt mit. Und zu Geron hin. Und geht dann zu Geron hin. So. Und er muss das Kommando übernehmen, dem 2.0 scheint es nicht gut zu gehen. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Wenn ihr mögt, dann dürft ihr euch das gerne zutrauen. Ihr habt wohl die Meister, also ihr habt da eine Dschungel-Erfahrung. Geron ist natürlich Macherskan-Kundig, aber schicken wir einfach Geron nach hinten. Und ihr könnt dann vorne mitlaufen bei Print DJ an. Ja. Geron tauscht mir die Plätze, ich übernehme die Führung und du übernimmst das Schlusslicht. Wie Bonn soll irgendwo in der Mitte laufen. Wenn was ist, dass genug Leute das sofort bemerken. Ja, wird genickt. Gut. Ja, ist der, ist der krank oder was? Der, der kann sich gerade eben nicht mal wehren. Ich meine, ich bin Kopfgrößer als der, aber, man, das ist ein Seebär. Was ist da mit dem los? Dann bekommt ihm die Hitze nicht. Hm. Kommt euch heilen. Dann bekommt sie ihm noch weniger als er mir bekommt. Und mir bekommt sie schon gar nicht. Der Verdaios, ihr seid eigentlich weiter. Ich lege das, äh, das Wohlbefinden von Viburn in eure Hände. Dass ihr euch irgendwie versucht habt, um zu kümmern. Ich meine, ihr seid natürlich jetzt kein Experte auf allen Gebieten, aber, äh, fragt mal der Mannschaft um, wenn da irgendwas Wichtiges ist, was ihr wissen müsst, dass ihr das klärt. Ich vertraue euch da. Oh, komm, kommt mal her. Irgendwas abschneiden? Hoffentlich nicht. Was? Hört euch den W.O. mal genauer an, ob ihn vielleicht irgendwas gebissen hat oder so. Oh, mich? Weil ihr der Heiler seid. Ich bin der Chirurg.